So, hello, hello, heute spielen wir wieder Master Builders of the Hypixel Server hier Und ja, und dann lass gleich in die Runde So, wir sind jetzt hier in der Runde, was gibt's hier? Jellyfish, ähm, Bacon, okay, lol, Bacon, Dolphin, Ant, oder Train, okay Ant-Man, okay, ich nehm mal irgendwie Bacon oder so Okay, was ist Jellyfish? Okay, Jellyfish ist, äh, wer's nicht weiß Ähm, 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 wer ist das, ein Tittenfisch oder wer ist das, ähm, genau, eine Qualle Ein Jellyfish ist eine Qualle, das heißt, ich brauch Glas, ich mach so eine pinke Qualle Das wird richtig cool da schon, so, so, natürlich weißes Glas Und White, genau, weißes Glas und genau, äh, noch hier, genau Terracotta brauch ich noch, sieh, konkret und, ähm, und genau, Pink, konkret, genau so Oder Pink, Terracotta, das geht auch, oder konkret So, und genau, weiß, äh, ja, sollte eigentlich schon passen, doch So, dann mach ich mal in Untergrund hier, so, Water, so, Water, Redino, Water, Water, Water Jetzt war's mal, ähm, ähm, äh, der Boden hier mal als Wasser So, dann beginne ich hier weiter oben, weil die Quali hier anzufangen So, Quali, Quali, Quali sind eigentlich, ist sehr cool, siehre, finde ich Und, ähm, ähm, ich hab eigentlich noch nie, fast noch nie Doch einmal hab ich schon mal in meinem Leben eine Quali gesehen Ähm, abends so, weiß ich fand ihr so häufig im Zoo Ich war so ein paar Mal mit der, mit der Schule sind so Ich steh grad an die Quali, äh, von Spongebob So So, muss ich jetzt auch so bauen Aber ich brauch noch den, äh, den anderen Terracotta Den, ähm, mal lilanen und den blauen, so So, dann brauch ich so Ne, ich glaub ich nehm nur den, ja, so So So, dann nehme ich so So, weil ich stream heute, ähm, ähm, 19, 18, 19 Uhr wieder, ähm, slime ranger Also wer, äh, unbedingt vorbeischauen und nicht den streamen verpassen So Das sieht auch aus wie so ein Alien So, dann, äh, wollte ich hier noch ein bisschen klar sein hier Oh, oh, die Zecke, äh, vergeht relativ schnell hier Muss, äh, muss unbedingt hier, äh, mehr Glas einbauen, weil Quali hat nämlich, ist nämlich meistens durchsichtig Es gibt auch übelst viel, äh, giftige Quali hier Ne, das schaut nicht zu cool aus Äh, es gibt hier noch Glas, ich muss hier ein bisschen weiterzuholen Weil, sonst geht mir die Zeit So, bam Bam, bam So und so 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 und so Sieht auch aus wie ne Quali eigentlich, oder? Hier noch irgendwie So ein paar, äh, Glasdings runter Die haben auch solche übelst weiten Dinger Übelst weiten, äh, ähm Ähm, solche, äh, wie heißt das, Fühler Oder irgendwie so heißt das Sie Fühler Die so übelst weite lang sind Also so richtig lang Es gibt auch, äh, Quali, die so richtig giftig sind Und so Meter lange So irgendwie 30 Meter lange, ähm, Dings haben 30 Meter lange, ähm Beine, oder Beine schon Sag ich schon Ich sag ich ja, wie erstens Die Fühler, solche Beine Dann bräuchte ich hier ein bisschen So So, ich bin gerade ein bisschen Im Zeitdruck Ist noch fertig werde hier So, dann habe ich hier noch ein bisschen Äh, weiße Weißes Glas hier Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, finde ich Ich meine Es gibt sicher schlechtere Es sieht richtig geil aus Ich falle mir gerade auf So Ähm, kann ich noch hier so ein machen So Und, äh, weißes Dings kann ich auch noch machen So, bam Okay, das ist ein weißes Genau, ich kann, äh, Spitzen sich Oh, nur mal eine Minute An der Spitzen könnte ich sich, äh, weißen Dings Äh, weißes Glas machen Und das ist so abwechselnd Ist hier Nachher hier wieder so ein weißes Glas So Und hier wieder weißes Glas Und hier könnte ich noch so ein helles, pinkes Glas machen Und wieder weißes Glas Das darf hier nicht verbunden sein hier Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, finde ich Oh, oh, nochmal 30 Stunden So Dann noch schnell Partikel Partikel, Partikel, Partikel Und, ähm, genau Das Schneeball Dings Das sieht doch richtig cool aus Er zieht auch ganz schnell Ähm, genau Genau, warte, Terracotta Aber ich glaube, das geht sich nicht mehr aus Egal, ich wollte noch Augen zeichnen, aber egal Das soll schon passen Also, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus Literally Was ist das? Oh, ein Fortnite-Bus Okay, das kriegen wir, okay Einfach nur wegen dem Fortnite-Bus So, da ist direkt meins, okay Ähm, das ist einfach richtig cool Okay, es gibt Oh, Leute, es gibt Legendary, okay Also, eigentlich das Beste Oh, es ist, okay, das Pixelart Nee, das ist nicht cool Es ist eine Qualle Irgendwie schau's aus Wie ein Tintenfisch aus Keine Qualle her Okay, was ist das? Das ist eine coole Qualle So, ein Gericht Ah, das gebe ich okay Weil es eine Qualle ist So Was ist das hier? Der, der, der dir ausbaut Da steht hier drinnen Oh, oh Epic irgendwas So Der, der hat so eine Redstone-Things-Quale gemacht Das ist gut Da habe ich ein gut Ach, das ist, also das Spongebob Mit dem, mit dem Dings-Fänger Okay, das ist cool Was ist das hier? Oh, wir machen jedes Spongebobmals Ich habe halt auch Spongebob Ich wollte halt, na gut Spongebob habe ich jetzt nicht malen Aber es wäre zu aufwendig gewesen Hat er auch Spongebob als Krieg auch ein gut So, was ist das hier? Ist auch, na gut, ist nicht Na, das kriegt ein Pup Aber ich meine, es ist eine Qualle Aber Ähm Einfarbig Und, ja Ne, ich finde es nicht zu cool Lo, das hat der Boss Der hat eine coole Quale Baut hier Das geht nicht gut Jetzt kann man jetzt ein Gehirn Mit so ein kleines Gehirn drin Okay, das ist wieder ein Feriengefasst Das kriegt ein Pup Ja, das kriegt ein Okay Ich meine, das ist ein Wasser und so Oh, ich bin vierter Ich bin vierter Okay, na, ich bin vierter Wie der einfach gewonnen hat GG So, dann sehen wir uns gleich in der neuen Runde So, eine neue Runde Und das Glück So, was gibt es hier? Äh, Tornado, Ents Okay Hammer, Lion Oh, 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 ich bin für Tornado Tornado, ja Tornado oder, äh, Dock, Docknut Keine Ahnung, was das ist Ist wahrscheinlich ein Kokosnuss Ne, ist das ein Kokosnuss? Ne, was ist ein Docknut? Äh, was ist ein Docknut? War das ein Docknut? Achso, das ist ein Donut, okay Äh, Donut, okay Schreibt sich irgendwie komisch Donuts Äh, das mit G.H. schreibt Okay, Donut Ich mach so ein Donut Das heißt, ich brauch irgendwie Holz Oder ne, warte Terracotta Sowas, sowas Sowas Ich hab ne Idee Ich mach so ne, so ne, so ne Verpackung Ähm Von Donuts Ne, die kennst du nicht Verpackung von Filmen Ist nämlich auch immer so ne Verpackung drauf So Mach ich hier mal so ne Verpackung Okay, Boden mach ich unbedingt mal anders Ich mach den Boden Wie mach ich den Boden? Ich mach Äh, was sind coole Boden? Ähm Ich mach, ich mach Gravel So, Gravel So Sag ich jetzt So Okay, warte Ne, ich mach Ich mach auch den Boden Auch hier so Mach ich hier So ne Box Und darin sind nämlich die Donuts So Bam, 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 bam So Ich hab's nicht zu symmetrisch gemacht Das heißt, ich brauch Ein so So Mach ich das hier so Und So Mit dem anderen Holz hier noch so Das ist das hier So Soll so offen ausschauen Das heißt, ich brauch Stairs So bam, 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 bam So Mach ich hier so 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 Und so Und so Was die Box hier geöffnet ist Was ist so cool aussieht Sieht aus wie ein Laptop irgendwie grad Aber Es ist ja noch am Bauen hier So Dann brauch ich Jetzt so Ich brauch Stairs Jetzt brauch ich die anderen Stairs hier So 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 Und so Dann mach ich das so Und so Jetzt mal so So Das ist so Schön Rund aussieht Wie so ne Verpackung Und darin kommen Jetzt die Donis ran Das sieht Okay Das Muss ein bisschen runter bauen Hier Oh oh Sun Hier so Dann mach ich noch Blue Terracotta Oder sowas Oh Blue Das eine darf ich nicht verwenden Nämlich Lapis Einfach Ich mein Why not Mach ich noch So Dann mach ich noch Irgendwie White Oder so So ein Weißen Dings So ein Weißen Donuts Hier Oh oh White Gibt es irgendwas anderes Weißes noch Okay White Concrete Gibt es noch Okay White Concrete Darf ich Nehmen Ah ich nehm Diuret Manche Diuret Statt Erst hierhin So Eine Donut Brauche ich Nämlich noch Oh oh Eine Minute Noch Es gibt es noch Irgendeinen Roten Donut Das soll Genau Roten Roten Donuts Hier So Bam Bam Okay Das Okay Das aber Auch Nicht Nehmen Redstone Kick Genau Redstone Okay Das soll Schon Passen Eigentlich Viel Donuts Mach ich noch Leather Was ist Hier so Außer Dass wir Geöffnet Seien So Mach ich Hier noch So Ne Ich mach Das gleich So Das Seht Cooler So Ist Eigentlich Fertig Worn Es Geht Es Schaut Nicht Schlecht Das Nicht Gut Aus Das Gut Ja Ist Ein Donut Also Okay Ist Nicht Fertig Worn Nicht Mit So Wenig Naja Es Geht Ist Nicht Schlecht Hier Was Das Lol Okay Der Donut Schon Cool So Was Kommt Das Nicht Das Vielleicht Kommt Meins Direkt Das Nächst Wer Weiß Wer Weiß Okay Lol Okay Der Kuchen Macht Ist Ja Schon Kuchen Also Auch Donut Also Okay Was Auch Immer Das Und Das Ist Weiß Ich Nicht Achso Leute Das Wann Die Simpsons Okay Okay Ist Auch Ein Kuchen Ich Mach Schon Wieder Okay Okay Es Ist Kuchen Ich Wann Es Okay Ist Ein Donut Ist Auch Mehr Oder Wenige Pixel Art Was Das Oh Was Das Ich Habe Keine Ahnung Was Das Das Heißt Super Po So Ist So 3D Donut Aber Ne Das Ist Pixel Art So Ist Ein Ganz Kleines Loch So Was Das Das Ist Okay Das Ein Kleiner Donut Ne Ich Find Nicht Zu Weins Also Eigentlich Ehe Ganz Gut Aus Wie Jeder Eigentlich Gut Gibt Ha Saja Was Das Hier Das Ist Gut Finde Ich Dauernd Oben Zeigt Ich Finde Cool Was Das Hier Okay Das Ist Einfach Nur Dings Hier Es Super Das Ist Das Ein Donut Okay Das Gut Klar Ist Das So Das 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 War's Für Folge Das Like Und Ciao Ciao Das 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017